Hoi Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu Gunsmith Part 4. Ich werde versuchen, euch jeden Tag ein oder zwei Gunsmith-Teile zu geben, so dass ihr relativ zügig durchkommt. Und hier dieses Mal sehr geile Belohnung, denn wir kriegen eine Car-Battery found in Raid und wie wir alle wissen, wir brauchen vier Stück found in Raid. Was müssen wir machen? Wir müssen eine SKS bauen mit einem Recoil weniger als 350, einem Schalldämpfer, einem Optik-Scope, 20er Max oder größer und ergo über 35. Wo kriegen wir diese Waffe her? Relativ easy, ihr geht einfach auf Jäger, könnt hier einmal gucken, die SKS kostet 36.700 Rubel und ich habe sie euch hier bereits zusammengebaut und damit ihr wie immer sehen könnt, was ihr machen müsst. Ihr müsst hinten das Tepco Intrafuse aufbauen, dazu das SKS Tepco als Buttstock und, das ist der vierte bei mir hier gewesen, die Position verändert sich manchmal, relativ easy, der M4SS Stock. Damit haben wir nämlich dann schon fast die Ergo-Werte, die wir brauchen. Dazu braucht ihr das Dovetail-Mount, nicht das Chode, sondern das Dovetail-Mount. Auf das Dovetail-Mount, hier haben wir eben ganz normales OP-SKS-Dust-Cover, müsst ihr noch den USP-1 Cup draufbauen. Der muss darauf als Griff den Saw-SKS, den habt ihr bei Trader Level 2 auch bereits frei. Wichtig, ihr habt hier ein internes Mac drin, ihr braucht mindestens ein 20er Mac, wenn ihr ein 35er habt, könnt ihr auch das einbauen, ich würde aber einfach das 20er nehmen, weil es günstiger ist. Ihr braucht keinen Forgroup, ihr nehmt den Hexagon-Schalldämpfer, wir sollen nur einen Schalldämpfer aufbauen, welcher ist egal, ich habe den SKS genommen, weil er günstiger ist. Und hier ist das Problem zum letzten Vibe. Letzten Vibe musste man den SKS Tapgo als Ray-Gastube nehmen, dieses Mal entfernt ihr den Gastube einfach, funktioniert trotzdem, weil wir einen Gasblock drauf haben. Und damit habt ihr es bereits fertig. Dann gehen wir hier zurück, die Waffe ist fertig. Das Ganze kostet euch ungefähr 120.000 Rubel und damit habt ihr Gunsmith Part 4 abgeschlossen. Wir sehen uns zum nächsten Teil und das ist dann Gunsmith Part 5.